So, schön, dass ihr wieder da seid. Zusätzlich zu diesem schon wirklich krassen, großen, tollen Spielepaket gibt es heute eine Sonderverlosung. Wenn wir nämlich einmal hier reingucken, dann sehen wir hier wieder diese Pakete mit den Schleifen drum. Von Eurohell Design haben wir hier wieder Premium Upgrade Packs und zwar zum einen einmal für Tekenu, dann außerdem für Flügelschlag das Upgrade Pack, dann haben wir außerdem noch einmal ein Upgrade Pack für Great Western Trail und außerdem noch einmal für Brass ein Upgrade Pack. Hey, meine Tischdecke glitzert ohne Ende, nachdem ich hier die Schleifen jetzt mal abgemacht habe und die hoffentlich hinterher auch wieder richtig drüber bekommen werde. Ich habe ja schon zu Eurohell Design was gesagt. Also ein neuer Anbieter, haben sich zwei leidenschaftliche Spieler selbstständig gemacht und bieten halt so Premium Brettspielzubehör an. Ich habe hier jetzt tatsächlich selber noch nicht reingeguckt. Der Name Eurohell Design, ich habe es ja auch schon am 13. erzählt. Ich poste auch immer mal wieder Fotos von Spielen auf Twitter und Instagram und bei manchen schreibe ich auch dazu, Alter, es sieht aus, es wird direkt aus der Euro-Hölle kommen. Den Namen fanden die beiden so witzig, dass sie ihn direkt übernommen haben und haben jetzt auch gesagt, hey, wir würden gerne irgendwie bei dem Adventscanner mitmachen, um irgendwie bekannt zu werden. Das ist auch quasi kostenfrei Werbung in dem Zusammenhang, weil ich habe gesagt, okay, klar, gerne. Ich verlose hier Dinge. Das ist ja quasi Werbung für euch. Ich kann die Dinger zeigen und habe selbst hier noch gar nicht reingeguckt. Aber dafür sind weiterhin sonst keine Gegenleistung geflossen. Solange es in so im Rahmen ist, mache ich das natürlich auch immer gerne. Und ja, gucken wir doch einfach mal rein, was sich da so drin versteckt. Und zwar haben wir hier das Brass Upgrade. Und da haben wir dann, man sieht es hier auch drauf. Für, ja, okay, im Prinzip für das normale Brass. Das gibt es ja auch als Deluxe-Version, wo halt so richtige Poker-Chips quasi drin sind. So hat man halt nur dieses Pappgeld da drin. Und das Pappgeld kann sich halt relativ schnell abnutzen. Hier sieht es einfach ein bisschen wertiger aus. Das hat dann schon fast diesen Poker-Charakter, ohne dass man eben halt wirklich Poker-Chips hat. Die kann man halt um die Gelbmünzen der verschiedenen Wertigkeiten machen. Dann kann man die halt gut scharpeln. Sie sind besser handhabbar. Und man erkennt eben auch gleich sofort in der Farbe vom Rand, welche Gelbmünzen da jetzt sind. Das ist auf jeden Fall durchaus ein schickes Upgrade-Pack. Hier ist auch noch eine Karte bei, die ihr dann lesen könnt, wenn ihr das Ganze gewonnen habt. Dann gucken wir mal hier in das Great Western Trail Upgrade-Pack. Auch hier haben wir für das Münzgeld, das es dabei gibt, so Clips, die man da reinklippen kann. Und dann ist auch dieses Geld ein bisschen wertiger. Dann haben wir hier das Flügelschlag-Upgrade-Pack. Bei den Futter-Token. Da könnte man auch so was gut rum machen. Ja, genau so ist es. Flügelschlag-Upgrade. Werte den Zutaten auf und schütze sie gleichzeitig. Auch da könnte man natürlich mit dem richtigen 3D-Drucker sich diese ganzen Token selber machen. Aber das ist in der Regel super teuer. Das wird vielleicht irgendwann nochmal preiswerter. Aber aktuell ist das eben auch eine schöne Möglichkeit. Da kann man einfach die Futter-Marker reinklippen und dann fühlt sich das Ganze ein bisschen wertiger an. Was haben wir hier noch? Das Tecino-Upgrade haben wir. Auch da gibt es ja alle möglichen Ressourcen-Marker. Und... Oh! Tatsächlich! Das ist ein bisschen anders hier. Hier gibt es keine Clips, die man um die Ressourcen-Marker drumherum machen kann, sondern wirklich so Premium-Token. Wo man einfach Brot hat. Fünfer-Brot. Diese Vasen hier. Diesen Marmor-Block. Das ist Gold. Und so sieht das Ganze dann eben aus. Das ist quasi eine Fünfer-Einheit von dem schwarzen Stein. Das ist eine Einer-Einheit. Wow! Super! Also sowas brauche ich auf jeden Fall auch. Hier haben wir dann Papyrus. So ein Fünfer-Papyrus. Und das ist hier dann aufgerollt. So ein Einer-Papyrus. Also ich weiß nicht, ob mein Video zu meinen Highlights aus dem Jahr 2020 schon raus ist, aber ich kann sagen, das brauche ich auch. Also das finde ich persönlich das schickste Upgrade. Aber es mag auch daran liegen, dass das das Spiel ist, das ich am häufigsten spiele, auf das ich am meisten Lust habe. Weil hier werden halt wirklich die Token durch so Premium-Token ersetzt. Da könnt ihr vielleicht auch mal auf der Homepage gucken. Vielleicht findet ihr auch noch für andere Spiele was. Ich habe mir sagen lassen, das wird jetzt so nach und nach alles entwickelt. Das heißt, es kommt für immer mehr Spiele was dazu. Und das ist wirklich natürlich super, super schick. Und jetzt haben wir uns das einmal alles angeguckt. Meine Tischdecke glitzert. Das heißt, ihr könnt jetzt auch sehen, in welcher zeitlichen Reihenfolge ich diese Videos gedreht habe. Jetzt ist natürlich die Frage, was müsst ihr tun, um eines dieser Upgrade-Packs zu bekommen? Und es wird heute auch mehrere Gewinner geben. Ich werde es viermal verlosen und verschicken. Weil die Chance, dass jemand wirklich alle vier dieser Spiele hat, ist relativ gering. Und dann kauft man sich das vielleicht oder nicht. Und es wäre wirklich schade, wenn das rumliegen würde. Aber ihr könnt nur eins davon gewinnen. Ihr könnt nur einmal teilnehmen. Ihr müsst euch quasi für eines dieser Upgrade-Packs entscheiden. Und ihr müsst dann halt als erstes Wort in eurem Kommentar entweder Tekeno schreiben. Wichtig ist, dass es absolut richtig geschrieben wurde. Weil wenn ihr es falsch schreibt, dann seid ihr raus aus der Verlosung. Also guckt nach, wie es geschrieben wird und schreibt das dann so. Oder ihr schreibt Flügelschlag als erstes Wort in eurem Kommentar. Das ist noch nicht alles. Das müsst ihr auf jeden Fall weit hören. Ich hoffe, dass mein Common Picker mit dem Ü klarkommt. Aber schreibt es trotzdem. Ich werde das sonst irgendwie anders machen. Und dann haben wir Great Western Trail. Da ist wichtig, das müsst ihr in einem Wort schreiben. Also nicht drei Wörter schreiben, nicht Great Western Trail. Schreibt Great Western Trail, so wie ich quasi immer rede. So schreibt ihr es auch quasi in einem Stück. Oder wenn ihr halt sagt, ja, ich weiß, es ist schwierig, muss ich entscheiden. Wenn ihr sagt, ihr wollt Brass gewinnen, dann schreibt Brass als erstes Wort in euren Kommentar. Ich werde nämlich den Filter quasi so einstellen, dass der nur die Kommentare rausnimmt, die das quasi als erstes Wort hat. Aber keine Duplikate. Das heißt, wenn ihr da irgendwie mehrere Einträge macht, dann seid ihr raus. Also ihr müsst euch schon wirklich für eines davon entscheiden. Und dann müsst ihr halt, wie gesagt, den eben genannten Namen als erstes Wort in den Kommentar schreiben. Und dann Leerzeichen oder neue Zeile. Möchte ich von euch gerne wissen, was ist so euer Geheimtipp? Also wirklich keine Spiele, die krass gehypt sind, sondern Spiele, wo ihr denkt, na, die können vielleicht gar nicht so viele Leute kennen, weil die vielleicht von kleinen Verlag sind oder so. Was ist da euer Geheimtipp aus dem Jahr 2020? Entweder Spiele, die neu erschienen sind oder Spiele, die ihr kennengelernt habt. Nicht nur, was ist da der Geheimtipp, sondern auch warum. Warum sagt er gerade dieses Spiel, was ja aus irgendwelchen Gründen runtergegangen sein muss. Also einige Leute fanden es wahrscheinlich nicht so gut, es war nicht so viel Aufmerksamkeit. Warum sollte man sich das doch angucken und in welches Spiel ist es? Schreibt das unten in die Kommentare, zusammen mit dem genannten Schlüsselwort. Und da mit der Teilnahme erkennt ihr die Teilnahmebedingungen an, die in der Infobox stehen. Link zu meinem Blog. Versand nach Deutschland voll kostenfrei, wenn ihr im Ausland gewinnt, müsst ihr die Versandkosten selbst tragen. Und ja, das war's dann heute mit der Sonderverlosung. Wie gesagt, ihr habt sicher auch schon das andere Gewinnspiel geguckt, wo es auch wieder ein riesen, krasse Spielepaket gab. Also da auch nochmal vielen, vielen Dank an Cosmos hier. Vielen Dank an Eurohair Design, dass es hier immer auch die Möglichkeit gibt, das zu verlosen. Und ja, das war's dann für heute, also zumindest ein paar Gewinnspiele für heute von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss! Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020